Wir haben gestern gesagt, dass wir rechtliche Schritte prüfen. Wir haben nicht gesagt, dass eine Klage schon unterwegs ist. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die FIFA angeschrieben haben vor dem Spiel heute. Wir wollten eine verbindliche Aussage auch schriftlich nochmal der FIFA, dass die Binde A verboten ist und welche Sanktionen zu befürchten sind. Wir wollten es einfach schriftlich haben. Wir wussten von den Kollegen aus England zum Beispiel, dass die FIFA ja wenige Stunden vor dem Spiel massiv aufgetreten ist bei den Briten. Auch nochmal angedeutet hat, dass das Minimum eine gelbe Karte ist und dass weitere Strafen durchaus möglich sind. Und wir haben heute, das kann ich hier sagen, von der FIFA auch eine Antwort bekommen, die exakt in diese Richtung geht. Das heißt, es würde der Schiedsrichter müsste reagieren. Und die FIFA hat ausdrücklich in ihrem Schreiben auch nochmal festgestellt, dass sie sich vorbehält, bei solchen Vergehen in Anführungsstrichen, also das Tragen der Binde, die Disziplinarkommission der FIFA anzurufen, die dann sozusagen weitere Strafen verhängen könnte. Das ist uns heute nochmal ausdrücklich, auch schriftlich bestätigt worden. Wir behalten uns die weiteren Schritte vor. Ich habe gesagt, wir befinden uns in einer rechtlichen Prüfung. Jetzt haben wir eine Grundlage und eine schriftliche Antwort der FIFA. Die werden wir jetzt juristisch nochmal bewerten. Wir alle erinnern uns an die Worte von Gianni Infantino. Everyone's welcome. Jedermann ist willkommen. Das ist für uns definitiv kein Zeichen des Willkommens, wenn man wegen solcher Zeichensetzungen aus dem Stadion geführt wird oder angedroht bekommt, sozusagen aus dem Stadion geführt zu werden.